Kika! Komm lass uns tanzen! Komm lass uns tanzen! Kika! Geht's doch lauter! Komm lass uns tanzen! Kika! Komm lass uns tanzen! Kika! Genau, runter mit euch Freunde! Denn ich muss auch früher in der Internet noch was erzählen. Also Kika-Tanzeran kommt ja immer 7 Stunden um 10.30 Uhr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ziemlich stolz darauf, dass ich nämlich vor 10 Jahren diese Sendung erfunden habe, für den Kika, da hätte ich mir nie träumen lassen, dass das so lange und so erfolgreich läuft. Inzwischen sprechen mich 20-Jährige an und sagen, ich kann nicht aus dem Kika-Nachweis! Freut mich natürlich! Und in diesem Jahr drehen wir schon die 13. Staffel. Also wenn ihr Lust habt, schaut uns Samstag einfach wieder rein. Denn das heißt Kika-Tanzeran!